Servus, grüß euch. Ich sag euch, heute ist so ein schöner, cooler Tag gewesen. Denn wir sind in Kelheim gestartet und das Wetter ist ein Traum wie schon fast auf der ganzen Tour. Und auf dem Weg nach Regensburg an der Donau entlang, da waren so richtig viele Mitradler dabei und da macht das Radeln einfach richtig Spaß. Und dann war sogar noch der BR dabei, der einen Bericht über uns bringt. Ausgestrahlt wird's am 11. September um 22 Uhr im BR. Schaut's ein. Und wenn Sie auch mal im Fernsehen dabei sein wollen, dann kommt's mit auf die Tour. Ich darf mich freuen. Ich darf mich freuen. Und dann in Regensburg, da haben wir uns mit einer Hebammeninitiative getroffen und uns deren Anliegen akkert, die dringend eine Förderung der Hebammen oder dass die nicht so viel Haftpflicht zu zahlen haben. Sonst gibt es bald keine Hebammen mehr. Dann haben wir noch vorbeigeschaut hier, denn das ist ein Transition Town Garten. Transition Town, das ist eine Bewegung, die ein Umdenken, einen Wandel möchte und die kümmern sich in Regensburg zum Beispiel um diesen kleinen Stadtgarten hier, den sie gemeinsam mit 150 Bürgern betreuen aus allen verschiedenen sozialen Schichten aller Altersgruppen. Die wollen aber auch ein grünes gelbe Seitenbuch herausbringen, dass man sich nachhaltig einkaufen kann. Die wollen einen Fair-Trade-Handel, einen Tauschhandel aufbauen, Tauschgeschäfte und ähnliches. Also absolut unterstützenswerte Bewegung. Immer mehr Städte werden das und ich möchte euch mal kurz vorlesen, was die über ihre Transition Bewegung sagen. Transition bedeutet bewusst zu werden, mit unserer Umwelt und anderen Menschen achtsamer umzugehen. Ideen aus den Köpfen des Einzelnen hinauszutragen, den Traum einer besseren Welt hier und jetzt zu leben. Und was bedeutet Transition für dich? Für mich? ÖDP zu wählen und dann in diesem Garten Orangenmangold anzubauen und danach zu essen. Lasst es euch schmecken und satz dabei, wenn wir unsere Welt verändern, umwandeln und vor allem uns selber.